Ein Freund fürs Leben. Okay, das ist wirklich verdammt wichtig. Da solltest du wirklich genau hinsehen, okay? Ich hatte Glück mit meiner besten Freundin. Meine beste Freundin ist... Witzig. Intelligent. Kreativ. Wunderschön. Und sehr erfolgreich. Und sehr nett. Andererseits ist sie auch... impulsiv, nervend, kompliziert, kindisch. Aber egal, was sie tut, ich stehe immer hinter ihr. Und ich finde, das Beste an Brooke Davis ist, dass ihre Freunde immer an erster Stelle stehen.